Ja moin Leute, ich habe mal wieder ein bisschen was gebastelt und zwar diesmal eine General Grievous Büste. Ist ein Mock, gibt es so als Set nicht zu kaufen und deswegen war es für mich interessant. Wir reden hier über etwas über 1000 Teile und ich finde das ist einfach gut gemacht. Was mich ein wenig stört ist natürlich hier dieser kleine Hubbel am Kopf. Das ließe ich jetzt nicht vermeiden, das wird alles mit so Flex Hoses gemacht und ja damit man halt diese Rundung hinbekommt. Aber ich finde es einfach vom Detailgrad super geil gemacht. Hat echt Spaß gemacht zu bauen, witzige Bautechniken dabei. Und ja, das wird jetzt meine Sammlung ein bisschen erweitern. Ja was gibt es denn, also wie gesagt ein bisschen über 1000 Teile. Gab keine Probleme beim Bauen, Steinequalität war super. Und ich finde auch diese Augen, das ist geil gemacht. Sieht schon, sieht schon nicht schlecht aus. Ja, das war es denn schon, ganz kurz und knapp. Schnell mal ein Video rausgeballert. Ich wünsche euch wie immer ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ich zeige es euch nochmal von der einen Seite. Dreh es euch mal. So sieht es hinten aus. Und nochmal von vorne. Also, wie gesagt ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.